hallo und ein herzliches willkommen zurück zu einem neuen part von let's play minecraft ja heute ist es mal ein kleiner kurzer knackiger part den ich jetzt machen möchte weil ich jetzt ein bisschen improvisieren will und zwar ich gehe mal wieder rein hier ist es mir zu gefährlich draußen und zwar ich möchte gerne ja dieses kleine haus bauen was ich ja im letzten part ja vorbereitet vorbereitet ja was ich im letzten part angeteasert habe und ja dazu brauche ich ja fichtenholz eigentlich aber ich improvisiere jetzt mal ein bisschen und zwar will ich das mit der dunklen eiche machen und da will ich halt gucken wegen dings da und jetzt ist es auch noch nachts schön ja da ist es heute mal ein part in mein gefängnis ja ja und zwar will ich gucken gucken wegen hier dings wasser was ich jetzt so raus bekomme an sachen vielleicht hier auch am brett hier den brettern oder feiltüren sich jetzt mal kurz gucken gucken mal kurz jetzt sagt ich kann doch mir ja eine werkbank kraften das perfekt genau genau hier zack sie müsste ja auch hier die feiltüren sein das ist die stufe warte mal was wie viele dinge brauche ich sechs stück ok ach genau das ist die tür falttür ich werde das mal kurz angucken die falttür das sind die aus nein jetzt ist es dunkel shit ich bin doch schon wieder sehr sehr dämlich so genau ja und zwar da will ich es nämlich so machen ich das hinkriege ist jetzt die falttür oder habe ich eine treppenstufe gemacht genau so wie ich dann nämlich die die wand machen mit solchen sachen mal sehen wie es draußen aussieht das ist immer noch fienster das ist fienster mal sehen kann ich es zu genau hier seht ihr so wird das dann ungefähr aussehen und ja da bin ich an überlegen wie ich es dann noch am besten mache aber bis jetzt hier zack 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 genau dass ich das so dass ich das aus diesem holz mache hier aus diesem holz hier wartet shit aus diesem holz hier und ja dass ich mir jetzt noch so ein bisschen was suche und ja und wieder hell ne zu so hier wieder und zack und zu so wird so würde dann ungefähr das haus dann aussehen das mittelalter haus ja ich muss jetzt improvisieren weil ich jetzt hier keinen bock habe irgendwo hin zu rennen dann verlaufe ich mich und dann finde ich nie wieder in die siedlung zurück muss nicht sein dadurch im profi wird jetzt improvisiert und ja ich habe mir auch schon ein haus ausgesucht und ja da wird das hier mit diesen ding gemacht und fertig ja wie gesagt es wird heute noch ein kleiner kleiner knackiger und kurzer part werden wenn der regen und die dunkelheit jetzt endlich mal aufhören würden wäre es doch noch schöner aber nein ich muss hier regnen genau so genau ich habe jetzt 94 okay brauche ich noch ein bisschen mehr aber ich habe auch schon schon ein paar setzlinge die kann ich ja dann dann in meiner siedlung ja schon mal ansetzen und das ist es perfekte das wird dann alles auf screen passieren das haben alles und das vorbereiten des hauses dass ich da nicht mehr allzu viel machen muss alles und ja dass er dann nur noch so ein bisschen was sieht und jetzt heißt es warten bis es mal wieder helle wird oder ja gut da wird sollte mal so ein kleiner part mit den labern und ja und zwar auf jeden fall will ich mich ja habe ich mich am letzten part ja schön bedankt für die ganzen aufrufe für die ganzen likes alles also stand heute sind es über 300 und ein paar und 40 aufrufe ey leute das ist wahnsinn vor allem für meine grüße an kanal ist das wahnsinn das ist wirklich hammerhart und die likes lea 14 likes drauf ey leute ich ich kann es bis jetzt noch nicht fassen und ich will jetzt noch mal kurz gucken gucken weil ich habe ja auch wieder abonnenten dazu bekommen stand heute weil ich weil ich nehme es ja immer immer ein bisschen früher auf die videos stand heute habe ich 31 abonnenten also wo ich damit angefangen habe ich konnte es mir nicht vorstellen ja ich habe mir so ein ziel gesetzt gesetzt letztes jahr ja wie viele abonnenten ich haben möchte aber leute ich finde es krass ich habe gedacht okay das ist ein paar ein paar jahre mit 10 20 abonnenten rum und dann kommen leute und dann boof aber danke leute vielen vielen herzlichen dank ich will mich einfach noch mal richtig hart bedanken bei euch und ich will in mein halo let's plays auch was vorbereiten vielleicht auch hier minecraft wenn sich das dann auch anbietet dass ich da was machen kann und ja damit werde ich auch heute den kleinen kurzen knackigen aber feinen part beenden ja es ist jetzt wirklich nicht viel passiert aber da kann ich jetzt leider auch nichts machen dann auf jeden fall wenn euch dieser part gefallen hat dieser kleine kurze knackige part dann lasst doch gerne ein abo ein abo da einen kleinen daumen nach oben zur unterstützung alles wäre wirklich lieb und hilfreich für mich und nochmal ein dickes fettes herz an euch und dann auf jeden fall unten rechts könnt ihr meinen kanal abonnieren unten links seht ihr die playlist von diesem projekt und oben links seht ihr das letzte video von diesem projekt und wer gerne noch in meine siedlung will hashtag siedlung in die kommentare und dann werde ich euch in die siedlung mit einziehen lassen dann auf jeden fall ciao bis zum nächsten mal euer kasiman bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.